Der IAB ist das Internet-Advertising-Büro seit 2001 in Österreich tätig. Wir haben heute rund 130 Mitglieder und arbeiten hauptsächlich an den Standards für die Digitalwirtschaft, setzen Maßstäbe und haben auch internationale Kontakte. Das Feedback von der Branche war auch sehr positiv auf die neuen Kreativkategorien und man hat auch gesehen, es hat sich insofern bewährt, als dass die Einreichzahlen um über 50 Prozent gestiegen sind. Ob ein Preis ernstzunehmend ist, kann man immer nur sagen, wenn man in der Jury mal dabei war, in einem Jury, wo viel diskutiert wird, wo die Dinge eingehend betrachtet werden, dann weiß man, ob der Preis ernstzunehmend ist und aus der Mediaschüre kann ich sagen, ja, der IAB-Webbed ist ein ernstes Niederpreis. Ich glaube, die wirklichen Revolutionen spielen sich im Social-Bereich ab. Dort, wo man wirklich mit User-Daten an sich arbeiten kann, dorthin werden die Budgets wandern, dorthin werden die Innovationen wandern. Ich gebe zu, dass ich oft auf Werbungen reinfalle. Das hat den Effekt, dass es manchmal ein Schaß ist und manchmal stimmt es tatsächlich, so wie sie es sagen. Gerade das heutige Event ist das Paradebeispiel, wie man auch moderne Online-Werbung toll präsentiert. Es ist klar, dass heute die Internet-Werbung oder die Digital-Werbung für uns ist sehr, sehr, sehr wichtig. Vor einer Marke wie Peugeot, das ist da ein Schwerpunkt oder ein wichtiger Punkt. Insgesamt sehen wir seit Jahren, jedes Jahr, eine deutliche Steigerung bei der Qualität der Einreichungen und eben, wie gesagt, auch bei der Aufbereitung der Einreichungen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir es gewonnen haben. Wir haben wirklich eine gute Kampagne abgeliefert. Das wissen wir. Wir haben uns schon über die Zahlen gefreut, damals, als die Kampagne zu Ende war. Und jetzt dürfen wir uns halt noch einmal freuen. Wir sind mit großen Erwartungen in dieses Rennen gegangen. Genauso wie man in Cannes in großen Erwartungen gewesen sind und auch in New York. Schliesslich liegt es dann immer an der Jury, wie sie entscheidet. Und in diesem Fall hat sie sehr oft für uns entschieden. Was uns natürlich freut. Ich denke, es wird immer normaler, unter Anführungszeichen, digital zu werben. Es ist nicht mehr etwas, was einen exotischen Charakter hat, sondern völlig normal. Digital gehört zur Werbung, wie alles andere auch. Ich freue mich sehr über den Gewinn. Ich war ein bisschen überrascht. Das darf man gar nicht sagen, aber ich war ein bisschen überrascht, dass ich gleich zweimal gewonnen habe mit Patex. Also, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Wir werden definitiv nächstes Jahr wieder einreichen. Also, jetzt sind wir motiviert. Vielen, vielen Dank an alle, die dieses Event möglich machen. Bis zum nächsten Mal.